Hallo zusammen, Ai Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, es waren die Orks, ganz ehrlich, anzunehmen bei Pfiffi Wackerspros in der bovianischen Tundra, in diesem Gebiet, die patrouilliert hier ein bisschen. Vor Quest war Plan B. Ich nehme die Quest auf während des Fetchers 9.2.5. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das Video hilft euch auch in VOTLK Classic. Mein Charakter ist von der Stufe wesentlich höher als die Mobs hier, deshalb werde ich vermutlich so gut wie keine Mobs adden, aber ich wollte euch nicht ewig zeigen, wie ich gegen die Gegner hier kämpfe. Wie ihr seht, haben wir hier auch Pfiffis Sack mitbekommen, enthält eine Verkleidung und ein Banner. Wenn nicht, Pfiffi aufsuchen, also solltet ihr den Inhalt verlieren, besucht Pfiffi und ihr bekommt neu. Benutzen. Lässt euch wie ein Ork des Quickshymnen Glans aussehen, kann nur in Mahmud in der bovianischen Tundra verwendet werden. Wir können das Ganze gleich benutzen, aber soweit ich weiß, ist es nur wichtig, wenn man unten in der Höhle ist, die Verkleidung zu nutzen. Ihr seht, wir sind jetzt verkleidet. Mal schauen, ob die Verkleidung verschwindet, wenn man kämpft. Nein, sie bleibt. Das ist sehr cool. Es könnte auch sein, dass sie, wenn wir heute LK Classic gegen diesen ganzen Mobs hier kämpfen müssen, weil sie adden. Ich habe das Glück, dass ich einfach runterlaufen kann. Gut, hier kämpfe ich ein bisschen. So. Und dann müssen wir uns jetzt in die Mitte begeben. Also noch ein bisschen hier laufen. Und hier ist der Durchgang. Hier muss man auch kämpfen. Und dann darf man diesen Mahmud begabt töten. Ihr müsst vermutlich in der UTLK Classic ein bisschen gegen ihn kämpfen. Ich werde ihn vermutlich mit einem Schlag umhauen. Und ihr seht, die Quest ist immer noch nicht abgeschlossen. Ganz einfach. Wir haben ja dieses Paket aufgemacht. Da war die Verkleidung drin. Und auch dieses Banner. Ich teste mal was. Das geht nicht. Also ihr müsst Magmud Regards Leiche anklicken und dann das Banner benutzen. Und schon ist die Quest bereit zur Abgabe. Wunderbar. Jetzt darf man wieder hinauslaufen. Gibt es hier eine Abkürzung? Glaube nicht. Oh. Habt ihr es gesehen? Diese Magmud Regards ist ziemlich schnell wieder erschienen. Also eventuell verschwindet ihr ziemlich flott aus der Mitte, wenn ihr das Banner benutzt habt. Hä? Ich habe verfehlt? Ich bin 20 Stufen über den Mobs und ich habe verfehlt? Okay. Ich beeile mich, hinauszukommen. Mal schauen, wo man diese Quest abgibt. Einfach im Quest wieder hochlaufen. Ihr könnt gerne in die Kommentare posten, ob euch das Video geholfen hat oder nicht oder was ich anders machen könnte. Sagt aber nicht, dass ich meinen Akzent ändern soll oder dass ich den ablegen soll. Das mache ich nicht. Und das mit dem Charakter, dass er 20 Stufen über den Mobs ist, das ist für mich auch nützlich. Weil dadurch muss ich nicht immer Hilfe suchen, wenn ich mal Elite-Quests aufnehmen, beziehungsweise Gruppen-Quests. Ist sehr praktisch. Nun geht es einfach in die Richtung, da könnt ihr einfach laufen. Ich habe nichts überflogen. So. Quest ist abzugeben bei Pfiffi Wackelspross. Sehr gut. In der brianischen Tundra. An dieser Position, beziehungsweise in diesem Gebiet. Die patrulliert ja, wie vorhin erwähnt. Schönen guten Tag. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so ein Abonnieren-Knopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.